Okay, äh, Nils, magst du den Aufbau? Den Aufbau an sich? Jetzt gerade? Oder generell der, also, ähm, doch, ich bin zufrieden. Ich finde, der Aufbau ist eigentlich auch immer mit die schönste Zeit. Weil, da kannst du halt auch mal dich hinsetzen, vor ne Kamera, ein bisschen Scheiße labern. Ne, du hast jetzt schon einen aufgenommen, ne? Ach so, ja, dann frag mich bitte nochmal, wie ich den Aufbau finde. Ah ja, die grundsätzliche Idee war ja eigentlich aus einer Schnapsidee heraus, ne? Ja, lasst uns mal ein Festival machen. Das wird die übelste Arbeit. Wir haben klarkommen, würde ich sagen. Gute Lange! Ja, meckern kann ja jeder. Muss ja erstmal selber besser machen. Und deswegen wollten wir ein Festival machen, was ein geiles Flair hat. Wir haben ordentlich miese gemacht in dem Jahr. Im Endeffekt war das auch in gewisser Weise ein Investitionsjahr. War schon ein richtiger Arsch, muss man sagen. Und was überweist du dir so, wenn du demnächst zu Hause bist? Einen Scheiß überweist ich mir. So Bands, wo ich niemals mit gerechnet hätte. Niemals. Da stehen Stone Jesus, Mother's Cake. Und hab gedacht, ich bin auf der falschen Internetseite. So Bands, wo ich würde ich zurückfahren. Vielen Dank.